Wie jetzt? Hä? Das ist Guild Wars 2, yo, und es geht weiter! Es geht endlich weiter! Und es lag weiter! Nein, es lag gar nicht weiter, weil es vorher gar nicht geleckt hat! Haha! Wir gehen jetzt kurz zum Shop! Und verkaufen da das Zeug, das wir nicht mehr brauchen! Hätte ich auch vorher machen können, aber ich wollte euch nichts vorenthalten! Nein, verkaufen hier! Puh, brauchen wir nicht mehr! Oh, der Stücke! Keine Ahnung! Was bringt uns das? Komm, alles weg! Wir gucken nochmal hier rein! Können wir das nicht auch verkaufen? Verkaufen! Anscheinend können wir nicht mehr... Es ergibt keinen Sinn! Ähm... Wow! Ach, das ist so wie der... Das ist dieser Mega-Shop anscheinend! Was soll's! Dann haben wir jetzt halt... Einfach Gegenstände dabei, die wir... Haben wir gar nicht! Oder... Was sagt ihr uns verwendet? Was kann ich denn damit in ihre Handwerksmaterialien zerlegen? Gar nichts! Weil das schon fertig ist! Wow! Wow! Egal! Ach, die... Wollten noch schnell reparieren lassen! Ich erinnere mich! Zwei... Bronze! Ja, das ist okay! Dann gehen wir jetzt zurück! Da, wo wir eben waren! Das ist wieder nicht! Nein! Als ob wir nicht zu der Weg waren! Ach, Mann! Ist das wahr? Dann laufen wir jetzt das kleine Stück! Scheiß drauf! Das hätten wir eigentlich auch laufen können! Aber mach doch nichts! Los, flieg! Kleine Evelyn Lu! Moment, da oben gab's so'n... Duell-Ding, oder? Könnt ihr mal mitmachen? Ich würd gerne mal so'ne Art... Ich bin doch da! So... Das hatten wir schonmal... Zu den Schaufeln... Das ist ein... Ist das ein NPC? Ne, das ist ein Level! Obwohl die Stufe... Keine Ahnung... Ne, das ist ein NPC... Klar... Das ist wahrscheinlich alles noch... NPC-Gebiet... Diebe Trainer... Gib mal irgendwas... Das hatten wir auch schon! Das war das zu teure! Okay, dann gehen wir jetzt schnell das Stück nach unten! Ist ja nicht weit! Kämpfen kämen wir auch später noch! Würde ich sagen! Oder was meint ihr? Schönes Holz! Hört so genau am Boden auf! Was soll's? Ein Kaufmann! Seid gegrüßt, Kaufmann! Immer die Leute mit ihrem Bier! Das kostet viel zu viel! Was ist das? Gefallen nach Verbündeten! Ich mach nicht gerne mehrere Quests gleich! Oh, ein Event! Schon wieder hast du mit dem Minutaurin! Hör, hier sind keine Minutaurin! Ah! Schnell! Kopfschuss! Schattenschuss! Du kannst probieren! Los, Schattenschuss! Zeig, was du kannst! Ja! Haha! Das war Headshot! Oh, jetzt hab ich die andere von dem! Also sind die ersten beiden Haupthand und die zweiten beiden... Nebenhand! Oh, dann sind sie besser geworden! Bei dem Event mach ich jetzt weiterhin mit! Das war ja nicht... Das war ja nicht anstrengend! Also das war ja nicht... Heißt anstrengend! Kompliziert! Wie jetzt? Hä? Das war zwar gemein, aber was soll's! Hey! Dann nicht weg! Dann du halt! Hä? Was geht denn hier ab? Hin und wieder verstehe ich dieses Spiel nicht! Aber das kommt bestimmt noch! Drei soll ich ja? Oder noch drei? Ich hab's nicht ganz verstanden! Ja, was ist das denn? Hallo? Renne ich durch mich durch? Ich fühle mich derespektiert... Disrespektiert natürlich! Ich seh gar nicht, wo man... Wo meine Initiative ist! Was ich sozusagen mit einem Maler gleichsetze! Wenn ich's richtig verstanden hab! Wie? Was... Was denn überhaupt? Hab ich eine kaputte Rüstung? Nein, hab ich nicht! Hab ich irgendwas verloren, als ich gestorben bin? Was ist so viel... Wie... Die Fähigkeit, richtig zu kämpfen! Und nicht damit umzufallen! Die hab ich eigentlich auch nicht! Aber was mach ich denn hier die ganze Zeit? Los! Oh, das wollte ich gar nicht! 51% sind da verbleibend! Was? Was? Ach, das ist ein... Waldläufer vielleicht? Weil der hat ein Tier dabei? Ach, das ist ein richtiges Event! Auch für andere! Ist ja cool! Na, ist auch logisch! Trotzdem! Was ist das denn? Als könnte ich nicht gegen springende Gegner springen! Äh, gegen gegen! Hallo? Hallo? Ich will das jetzt trotzdem noch kriegen, auch wenn ich es geschafft habe! So geht das noch nicht! Hey! Hey! Die 3 teleportiert mich dahin, oder? Da hatte ich zumindest bis gerade! Ach komm, ist jetzt egal! Ja, wo wir gerade dran waren! Auf dem Weg zu... ...dem grünen Teil da unten! Zu dem... Zu der Quest! Wir sollten am Flussufer entlang gehen und irgendwas machen! Ähm... Die Taurenfährte! Genau! Ein Eislandwurm! Noch ein Eislandwurm! Der ist genau unter der Quest, deswegen... besiege ich ihn jetzt mal! Auch wenn das wohl kein... Naja, Sinn macht! Wieso kann ich die... 4 nicht... Äh... Die 4 nicht benutzen? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ich bin halt da! Die Fährte führt über dem Fluss zu den... Grawlhöhlen... War das richtig? Ja, das war richtig! Es scheint, als müsste ich hier lang gehen! Wer ist das denn? Eine Pferde! Äh... Eine Pferde! Ich habe einen Plan, wie wir die Grawle zähmen können, aber ich brauche... eine Eskorte, die mich in ihre Höhle begleitet! Würdet ihr mir vielleicht Deckung geben? Ähm... Ja, warum nicht? Komm! Ach ja! Ich dachte wir wollten jetzt hier irgendwo hingehen... Naja, genau! Das darf ich kein Problem werden! Aber wir sind jetzt schon um ein Drittel gestiegen, während wir... äh... an den zweiten Run gestattet haben! Jo, wohin willst du eigentlich? Ey, jo! Was ist dein Plan, Alter? Okay! Mich ignorieren anscheinend! Hey! Hier unterhakt es noch ein wenig, aber das... macht gar nichts! Headshot, Junge! Hallo? Hallo? Wo? Okay! Ulfried, du gehst dahin zurück, wo du gerade herkommst! Bleib mal stehen und erklär mir, was du... eigentlich vorhast! Hey, jo! Hey, jo! Aber das war wohl nicht mehr nötig! Egal! Raupenbauer! Den besiegen wir natürlich! Was ist das eigentlich? Geblendetheit! Äh... Geblendetheit! Sicherheit auch! Ah! Werd doch mal stehen! Das mit der Eskorte funktioniert ja wunderbar! Uh! Oh Gott! Es scheint immer noch so, als könnte unser Ulfried überhaupt kein Leben verlieren! Da willst du rein? Bist du dir ganz sicher? Jo, warte mal! Das ist nicht ganz so gut! Hey, alter! Die Vier sind so viel schwächer als die aus der Instanz! Ja, ich bin doch da, alter! Ich geh mal kurz ne Pause! Die Spells bei... äh... Äh... Ein bisschen mehr Spaß gemacht, finde ich! Aber das wollte ich auch nochmal... kurz, äh... Anzug hin mit euch! Wie? Jetzt geht erst los! Egal! Natürlich! Oh, ich kann dies egal sein, aber... Ich geh... äh... Bin hier drauf gehen! Uh! 10 von 10 Tötungen! Das war, glaube ich, das Ziel! Oder zumindest ein Ziel! Okay! Haaa... Kaboom! Was ist das? Haben wir die jetzt schon freigeschaltet? Das, äh... Schwarzpulver? Egal, sehen wir gleich! Das ist irgendwie komisch, dass ich jetzt schon... Was? Das ist wirklich da... Hahahaha... Habe ich jetzt verloren? Habe ich jetzt gewonnen, Mama? Ja, mein Sohn! Oh Gott! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ja... Diese Polymy hat da... Außer Reichweite? Ja, sicher! Ich hasse das! Du kannst ja gar nichts mehr ausrichten! Naja, okay, ich bin fast tot! Was heißt... Äh, äh... Hör! Ja, toll! Ulfried ist wohl gestorben! Ähm... Ja, dass ich jetzt schon zweimal gestorben bin, äh... Ist nicht so geil, finde ich! Um echt zu sein! Da ist der Fertigkeitspunkt! Mann, ich mache jetzt erstmal die... Die, ähm... Das war ja kein Event, oder? Ist ein Event? Ich weiß es nicht! Diese dumme Quest mache ich jetzt mal fertig! Aber vorher würde ich sagen... Nein, ich würde nicht sagen! Ich werde sagen... Dass es schön mit euch war! Und ich euch... Ähm... Hoffentlich... Bald wiedersehe! Denn das war's erstmal für diese Folge! Ich hoffe, ihr hattet genauso viel... Spaß mir beim Sterben zuzusehen wie ich! Haha! Ähm... Bis dann!